Hey Mallorca-Lovers, schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von meinem Mallorca-Auswanderer-Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr darauf, dass wir das so schnell geschafft haben. Und zwar die liebe Wittke. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank, liebe Sarah. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Wir kennen es noch nicht so lange. Ja, das stimmt. Aber trotzdem haben wir es schnell hingekriegt. Ja, genau. Wirklich nicht so lange. Und für mich war es kennenlernen bzw. sehen und wusste, das hat Zoom gemacht, das passt. Und dann hingst du gleich bei mir im Tuch oder bei Jana oder bei uns. Genau, da hing ich gleich bei euch im Tuch. Das ist auch wunderschön. Und da bin ich auch sehr dankbar für, dass man da auch fliegen kann, abhängen kann, sich mal auf den Kopf stellen lassen kann oder selber auf den Kopf stellt. Und auch alles mal wieder macht, was man als Kind eine Leichtigkeit war und einfach mal wieder schaukeln darfst. Ja, schön. Wir haben uns kennengelernt bei dem Women's Network Mallorca beim Essen. Und ich habe dich da schon so ausgequetscht und ich habe schon sofort gemerkt, du hast echt ein spannendes Leben beruflich. Und da war ich so faszinierend gesagt, du musst in meinen Podcast und jetzt bist du hier. Okay. Also ich hoffe, du erzählst das alles gleich nochmal, was du mir damals schon so ein bisschen angeteasert hast. Aber kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal auf Mallorca warst? Ich war das erste Mal auf Mallorca, das muss so 2008 gewesen sein und habe Mallorca da das erste Mal erlebt, aber noch nicht so erlebt, wie ich es jetzt erleben darf. Und wie bist du da hergekommen? Was war der Anlass? Durch einen Ex-Freund, mit dem ich aber nicht zusammen auf Mallorca war. Und ja, dann ging die Geschichte los. Also ich hatte damals einen Freund und manchmal ist das ja so im Leben, da sagst du, okay, ach Mensch, vielleicht guckt der eine mal links und der andere mal rechts und lass uns mal jeder seinen Weg gehen, vielleicht kommen wir wieder zusammen oder wir werden ewig Freunde bleiben. Wir haben uns entschieden, ewig Freunde zu bleiben und er ist einer der Gründe, weshalb ich Mallorca kennengelernt habe und dann begann die Geschichte. Aber das war damals schon dein Ex-Freund oder jetzt erst dein Ex-Freund? Nein, nein, damals mein Ex-Freund. Okay, und wie hat er dich denn hierher gekriegt? Was war die Intention hierher? Urlaub? Hat er dich eingeladen nochmal in Urlaub? Also er war ganz, ganz oft auf Mallorca, aber wir waren nie zusammen hier. Also er ist ein Mallorca-Liebhaber, immer noch. Und für mich war das noch nicht so Liebe auf den ersten Blick mit Mallorca. Und wie ich hierher gekommen bin, ist eine ganz spannende Geschichte. Und liebe einfach dieses Leben hier und habe es dann kennen und fühlen gelernt, Mallorca zu lieben. Also war nicht Liebe auf den ersten Blick? Nein, nein. Und vorher hast du es auch nicht geliebt, weil du es so aus den Schlagzeilen kanntest, wie es viele kennen und sagen, das kann nichts sein. Ich hatte überhaupt keine, ich hatte überhaupt keinen Flow hierher zu kommen. Okay. Nein. Und wie war das erste Mal dann? Großartig, großartig. Das ging auch relativ schnell, als mein damaliger Freund, der Ex-Freund, der hatte mir noch dazu, oder der hat mich dabei unterstützt, dass ich bei einer Freundin von ihm, was dann seine Freundin auch geworden ist und dort wohnen kann mit, jetzt wird es wirklich kompliziert, mit meinem neuen Freund. Also ich habe ihn irgendwann angerufen und habe gesagt, du, ich wollte nur sagen, ich habe einen neuen Freund, mit dem würde ich ganz gerne nach Mallorca, kannst du mir da behilflich sein, dass wir da was finden, eine Finca. Das war dann schon als Urlaub geplant jetzt oder war schon? Genau, mit meinem Freund Simon dann als Urlaub geplant, ja. Und dann wolltest du eine Finca mieten und er sollte dir behilflich sein, seinen Kontakt geben. Genau, genau. Okay. Und dann wusste ich, dass seine Freundin eine Finca hat, aber wie das mit Ex-Freundinnen manchmal so ist, die will man ja auch nicht sofort kennenlernen, weil ich nämlich gefragt hatte, ob wir da vielleicht das dann dort mieten können. Das kam, na, auf den ersten Blick, jetzt sage ich mal so, nicht, aber dennoch, letztendlich war es so. Aber die Geschichte begann dann, dass er mir sagte, nee, ich glaube, das ist jetzt, ich glaube nicht, Wiebke, sagt, ja, das verstehe ich auch. Und damals war ich in Norwegen mit einem Kreuzfahrtschiff unterwegs und dann habe ich einfach gedacht, jetzt gucke ich mal ins Internet, habe meinen jetzigen Freund, Partner, meinen Mann auf dem Schiff damals kennengelernt, 2010 und wir beide wollten halt nach Mallorca. Da habe ich gedacht, ja, jetzt gehe ich mal ins Internet und gucke da mal rein und hatte was Wunder, Wunder, Wunderschönes gefunden, wirklich ein Traum, ein Traum. Das Problem war nur, dass das Internet nicht so stabil war, ich dann diese Seite nicht wiedergefunden hatte und dann dachte ich, okay, dann ist es ja gut. Soll nicht sein. Soll nicht sein. Dann rief mein Ex-Freund wieder an und sagt, du, ihr könnt doch die Finca bieten. Dann sage ich, das ist wunderbar, danke dafür, schick mir doch mal ein paar Bilder. Dann hat er mir die Bilder geschickt und war das die Finca, die ich im Internet gesehen habe. Nee. Und die dann einmal kurz spurlos verschwand und dann so in mein Leben kam und seine Freundin ist eine meiner besten Freundinnen geworden. Ach Quatsch. Ja. Und das war 2008 oder wo sind wir jetzt gerade? Nee, wir sind jetzt 2011. Ah, okay. 2011. Im Februar 2011 sind wir dann hierher gekommen, haben auch damals wieder bei ihr gewohnt, das war ein Freitag. Am Samstag haben wir uns drei Objekte angeguckt und am Dienstag haben wir den Mietvertrag unterschrieben, wo wir dann eingezogen sind. Das heißt, ihr habt in drei Tagen jetzt entschieden, hier zu leben, oder? Ja. Nee. Ja. Okay, das ist schnell. Ja. Hattest du, aber du hast zu der Zeit in Deutschland gewohnt oder wo kommst du ursprünglich her? Ich komme ursprünglich aus Deutschland, aus dem Norden Deutschlands. Ich bin aufgewachsen in Bremen und bin aber schon seit 2004 auf den Weltmeeren unterwegs gewesen. Das heißt, ich war mindestens immer acht Monate auf den sieben Weltmeeren unterwegs, vier Monate dann zu Hause. Und wenn das dann zu Hause war, war es auch nicht immer Deutschland. Ich habe auf dem Festland in Spanien gelebt und bin dann nach Deutschland wieder zurückgegangen und habe da beim Beziehen der Wohnung und bei dem Festdrehen der letzten Schraube in der Küche gemerkt, es tut mir leid. Ich kann ja nicht bleiben, ich gehe. Aber das heißt, du hattest zu der Zeit schon eine feste Basis in Deutschland. Ja, ja. Da ist ja noch meine Familie. Und du Monate dann gelebt hast im Jahr. Ja. Der Rest war es ja nicht da. Den Rest war ich nicht da. Dafür braucht man ja nicht wirklich gewohnen. In der Zeit habe ich in Spanien gelebt. Also ich wollte wieder zurück nach Deutschland und wie gesagt, festgeschraubt die Schraube in der Küche und stand da und dann kullerten die Tränen, weil das war auch noch ein Familienhaus. Da haben sich natürlich alle wahnsinnig gefreut, dass ich wiederkomme. Und dann kullerten die Tränen und habe gesagt, ich kann hier nicht bleiben. Und dann sind wir hierher gekommen. Krass. Du hast es gerade schon angeteasert, du hast auf dem Schiff gearbeitet. Ja. Und das, was du mir jetzt fand, ich finde das so spannend. Also, dass man echt acht Monate schon gar kein Zuhause hat eigentlich, ne? Das ist dein Zuhause. Ja, okay. Aber es ist ja auch viel Arbeit. Ja, es ist viel Arbeit, aber es ist auch ganz, ganz viel Spaß und Freude und wie du ja auch selber weißt, wenn man das gerne mag und ich habe das von Herzen gerne gemacht, also gemocht. Ich bin immer, immer wieder gerne hingegangen. Ich bin auch gerne nach Hause gegangen, aber wenn ich wusste, jetzt geht es wieder los, dann war das eine unglaublich große Freude, eine Dankbarkeit und es war eine tolle, tolle Zeit. Muss ich, ja, das war schon, hat auch, es ist auch, diese Zeit war auch so, dass es all das gebracht hat, wo ich jetzt bin. Also, ich lebe auf Mallorca. Das heißt, ihr seid dann 2011 ausgewandert. Mhm. Dann hast du aber schon da in Deutschland deine Wohnung aufgelöst. Das heißt, du wurdest doch schon Spedition gerufen und all in. Genau. Ich bin immer, ich bin sehr minimalistisch. Ich finde immer, wenn man weniger Sachen hat, muss man nicht so viel tragen. Mhm, ich auch, wie du siehst. Und, ja, das ging in so einen, in einen kleinen Lkw mit rein, so wie nennt man das? Stückgut war das, glaube ich, ne? Ja, genau, so war das. Krass. Ich kann mich auch schnell von Sachen, also ich kann auch schnell auf Wiedersehen von Sachen sagen. Echt? Ja. Ja. Ja, das kann ich auch, aber nicht von allen. Es gibt Sachen, zum Beispiel einen Stuhl, auf dem du gerade sitzt, konnte ich nicht auf Wiedersehen, den musste ich mitnehmen. Ja, der ist aber auch, der ist aber auch wirklich, wow, den hätte ich auch mitgenommen. Und dein Mann, musste der auch was auflösen oder wie hat der gelebt, weil er war ja auch auf dem Schiff, ne? Der war auch auf dem Schiff. Na, der hat, der kommt aus Österreich, aus Tirol und wir wussten sehr schnell, dass wir weder in Deutschland noch in Tirol leben wollten. Und das geht schnell bei uns, das geht fokussiert, los, zack. Und wo wohnt ihr auf der Insel? Wir wohnen in Arta. Das heißt, das war von Anfang an die Base, wo ihr seid. Genau, das war die Base. Wir sind an, als wir hier 2011 das kleine Häuschen wunderschön gemietet haben, das war in Zanasupa. Und da haben wir fünf Jahre drin gewohnt und jetzt wohnen wir in Arta, aber nicht in der Stadt, sondern so ein bisschen auf dem Land. Und wie habt ihr das, wie habt ihr das gefunden damals? Also jetzt die erste Location, ihr wart hier, habt euch drei Objekte angeguckt, wie habt ihr die gefunden? Ich bin zum Makler gegangen. In Arta. Genau. Und das letzte Objekt war es und das wusste ich. Man hat die Tür aufgemacht und wir haben uns angeguckt und haben gesagt, das ist es. Okay, da wart ihr euch auch gleich einig. Ja, das spürt man, ne? Ja. Aber dann habt ihr ja Glück gehabt, das ging ja schnell. Ja. Schön. Aber ihr seid ja dann auch fast nie da gewesen, oder? Weil ihr ja immer auf dem Schiff wartest. Vier Monate im Jahr. Seid ihr hier gewesen? Genau, ja. Und die dann am Stück? Die am Stück. Also wir haben immer vier Monate gearbeitet und zwei Monate hatten wir frei. Dann haben wir wieder vier Monate gearbeitet und zwei Monate wieder frei. Ah, okay. Und ihr seid aber auf dem gleichen Schiff immer gewesen? Meistens. Das heißt, ihr habt euch dann schon gesehen? Ja. Zu Anfang war das immer ganz, das war immer klar, dass wir zu Anfang zusammenfahren, denn wir waren in einem Department haben wir gearbeitet und dann habe ich noch einmal gewechselt. Ich bin ja 2004 mit der Seefahrt angefangen, bin ganz klassisch angefangen als Tourguide. als Ausflugsexperte. Also so, die Busnummer in der Hand, Bus 5, mir bitte folgen. Wie kommt man denn aufs Schiff? Was hast du denn vorher gemacht? Hast du irgendwie was mit Reisekauf, Frau oder so? Nee, ich bin vorher geflogen. Ist du ja das? Ja. Aha. Ja. Das wollte ich schon als kleines Kind. Ach, guck mal. Genau. Und dann bin ich aufs Schiff gegangen und das war auch so, ich dachte, ach Gott Mensch, du fliegst immer durch die Weltgeschichte. Dann musst du mal auf den Boden und das habe ich kurz probiert und Boden ist aber nicht oder war nichts damals. Dann kam das Wasser. Dann kam das Wasser. Du hast ja auch schon richtig Gas gegeben. Ja, also ich bin angefangen, wie gesagt, als Ausflugsexperte hier, Bus 5, mir bitte folgen und habe mich dann weiter, ja, dafür interessiert, was kann ich noch, was kann ich noch sonst noch alles machen oder how can it be better. Bin dann Assistant Show Excursion Managerin geworden, das heißt die Assistentin der Managerin für die Ausflüge auf dem kleinen Schiff. Dann bin ich Show Excursion Managerin geworden und das habe ich bis 2004 auf dem Schiff bis 2009 gemacht. Das war ein ganz kleines Schiff mit 400 Gästen, wunderschöne Reisen gemacht. Was ist denn das, kannst du da Namen sagen oder? Wie das Schiff hieß? Ja. Die MS Delfin. Ah, okay, das habe ich noch nie gehört. Ja, ganz schönes, altes, klassisches Schiff war das, ja. Das ist ja wirklich sehr klein, also 400 Gäste. Viele kennen ja nur die AIDA oder mein Schiff oder wie die alle heißen, ich kenne sie alle nicht, aber da sind ja ein paar mehr Leute drauf, ne? Da sind ein paar mehr Leute drauf, genau. Und so ist es dann weitergegangen, dann habe ich das Schiff einmal gewechselt oder auch die Company gewechselt und bin am 1. April 2009 dann damals zu einer anderen Kreuzfahrtgesellschaft gegangen. Die ein bisschen größer ist dann, oder wie? Die ist ein bisschen größer gewesen. Wie viele Passagiere gehen darauf? 2800, 2900. Und wie ist der Unterschied da so zum Arbeiten? Ich kann mir, wenn man jetzt so ein kleines Schiff mit 400 Gästen, dann ist das ja auch wahrscheinlich ganz so sternemäßig, gibt es da Sterne auf so einem Schiff oder wie ist das in so einem, das ist ja eine ganz andere Klasse für sich, oder? Das ist eine andere Klasse für sich. Das ist auch, aber dennoch ist es immer egal, wo du bist und wie groß das ist, wenn dein Herz da richtig, wenn dein Herz da richtig dabei ist, dann findest du diese einzigartigen Geschichten immer wieder. Also ich habe Menschen kennengelernt, mit denen ich heute noch Kontakt habe. unglaublich tolle Geschichten, da schreiben wir dann mal ein Buch drüber. Ja, mach das mal. Und auf diesem kleinen Schiff, da haben wir natürlich noch ganz andere Destinationen angefahren. Wir waren in Südamerika, von Argentinien über Chile nach Ushuaia in die Antarktis, durch den Amazonas, auf den St. Blass-Inseln, das war schon einzigartig. Und dann habe ich mich entschieden, das war im Februar 2009, da bin ich von Bord gegangen und habe gesagt, das war sehr, sehr schön hier, vielen Dank, mich zieht es weiter. Und dann bin ich 2009 halt zu der anderen, etwas größeren Kreuzfahrtsgesellschaft gekommen. Und suchst du die denn selber, bewirbst du dich doch oder wirst du abgeworben oder wie funktioniert sowas? Das ist immer ein Spiel mit, ein Spiel ist nicht das richtige Wort, also es ist immer, wie es im Leben generell ist. Du kennst Menschen, die rufen dich an und die sagen, du, da machst du eine neue Firma auf, eine Kreuzfahrtsgesellschaft, wir haben doch zusammen studiert und ich war doch auch bei dir auf dem Schiff, hast du nicht Lust, da auch hinzugehen? Okay. Und so geht mein ganzes Leben. Ah, okay. Und dann sagst du ja auch mal was anderes. Ja. Ja. Und hast es auch nicht bereut? Niemals. Nicht eine Sekunde. Nicht eine Sekunde. Ja. Und das finde ich so spannend, weil du hast ja wirklich auch viel von der Welt gesehen, oder? Ja. Und trotzdem, dein Herz schlägt auf Mallorca. Das ist zu Hause. Das ist der Wahnsinn, ne? Ja. Es ist wirklich zu Hause. Das ist, wenn man, ich glaube, das haben dir schon so viele gesagt, die hier an deinem wunderschönen Ort gegenüber saßen. Und wenn der Flieger auf dem Landeanflug ist und du fliegst über die Insel, du siehst das Meer, ich kriege eine Gänsehaut, wir haben gerade übrigens 22 Grad, ja, und du steigst aus, das Licht, die Luft und das ist, du hast die Füße auf dem Boden und du sagst, ich bin gegroundet, ich bin, ich bin geerdet, ich bin zu Hause. Ja, und der erste Atemzug, wenn du aus dem Flieger, Kerosin noch dazwischen, aber die erste Meereskrise, ne? Ja. Ja, ja, es ist, ich glaube, das fühlen wir alle gleich, die es erwischt hat hier. Ja. Das erwischt ja nicht jeden, aber die, die es erwischt hat von der Mallorca-Magie, die wissen genau, was wir meinen. Ja, krass. Aber wie gesagt, ich habe noch nicht so viel von der Welt gesehen, aber mich fasziniert das halt, weil die Welt, es gibt so schöne Orte, ob es die Karibik ist oder, oder sonst wo und trotzdem, es ist Mallorca dann. Es ist Mallorca, weil wenn man um die Insel herumfährt oder gerade hier auch Cala Guia, Cala Mesquida, Cala Torta, das sieht genauso aus wie in der Karibik. Ja, stelle ich mir auch immer so vor. Das ist genau so, genau so ist es. Und was ich immer so, so schön finde daran, ist, dass man dieses Gefühl hat, aber dennoch ist man zu Hause. Und da hast du dich nie zu Hause gefühlt, wenn du jetzt mal, hast du auch Urlaub gemacht, so Karibik oder so? Oder brauchst du das nicht, weil du ja eh ständig... Nee, ich bin ja hier. Also ich bin ja dann, das ist das Tolle an Mallorca, also ich bin, ich liebe es, zu Hause zu sein, wenn man auch so lange immer unterwegs ist. Du machst das erste Mal, schließt deine Haustür wieder auf und du denkst, oh Gott, ist das wunderschön. Und ich fahre nicht in den Urlaub. Also ich habe alles vor der Tür. Und dann auch das Zuhause, weil wenn du so viel unterwegs bist und in schwimmenden Betten, in dem Falle ja dann, schläfst, ich bin sehr gerne zu Hause. Ich finde das total spannend, von Fliegen zum Wasser zu kommen. Vor allen Dingen, weil du bist ja mit den Passagieren viel länger zusammen als in der Luft, aber hast du die ja nur irgendwie ein paar Stunden und auf Schiff da Wochen, ne? Wochen, kannst auch Monate, einige fahren auch Monate mit, ja. Und dann lernt man sich ja auch richtig kennen und die Geschichten und so, ne? Oder hat man die Zeit gar nicht dafür? Doch, ich hatte immer die Zeit. Ich hatte die Zeit und das hat auch meine Position, in der ich da gearbeitet habe. Ich war dort die Kreuzfahrtdirektorin, war da zuständig für das Entertainment und auch das, natürlich für die Gäste, immer die Ansprechpartner für die Gäste oder Ansprechpartnerin und war das Gesicht und die Stimme des Schiffs. Und wie hast du dich so hochgearbeitet? Also vom Nummerngirl-Geprazi zum Direktorin, das ist ja auch krass, ne? Ja, also ich bin ja damals, als ich dann zu der größeren Kreuzfahrtgesellschaft gegangen bin, bin ich als Assistant Shore Excursion Managerin eingestiegen und durfte das erste Schiff eröffnen und das war ganz lustig in der Werfzeit, denn ein Schiff zu eröffnen, ist was ganz Besonderes. Das vergisst du nie. Das glaube ich. Niemals. Das ist so aufregend und das ist so eine Gemeinschaft und so ein Zusammenhalt, das ist einzigartig. Und das war auch alles super und ich hatte auch einen ganz, ganz tollen Chef, nämlich den Shore Excursion Manager, ein wirklich ganz entzückender Mensch. Aber ich habe mir das alles ein bisschen anders vorgestellt. Also ich habe da sehr, 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 sehr viel gearbeitet und ich finde, Arbeit kann man gut aufteilen zwischen den Menschen, die dafür verantwortlich sind und wenn das nicht stimmig ist, dann ist das auch nicht wertvoll. Und in dieser Zeit habe ich dann entschieden, nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt, ich fahre nach Hause, ich gehe, ich kündige. Und habe das dann auch der Firma mitgeteilt und die hatten gesagt, nein, das können sie doch nicht machen und ich sage, doch. Und bin dann damals relativ schnell dann Shore Excursion Managerin geworden und das habe ich sieben oder acht Jahre lang gemacht und dann habe ich mir überlegt, was kann man denn sonst noch machen? Also geht es weiter und macht das mir noch Spaß, erfüllt mich das noch und macht es den anderen auch noch Spaß mit mir. Und es gab einige Sachen, die konnte ich also ganz klar für mich beantworten und habe dann gesagt, okay, dann war es das jetzt. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Zeit, aber also da hat man auch wirklich, wirklich, wirklich viel gearbeitet und eine ganz große Verantwortung auch gehabt, wenn 2.500, 2.800 Gäste ihre Ausflüge machen wollen und du bist dafür verantwortlich und musst das alles organisieren mit dem Team zusammen. War eine tolle Zeit. Wir haben tolle, ganz, ganz tolle Fahrten gehabt, tolle Gastkünstler an Bord gehabt, ganz, ganz viele außergewöhnlich wunderschöne, wunderbare Menschen kennengelernt. Und dann habe ich aber gedacht, so und das war es jetzt und dann bin ich einfach zum Essen gegangen und der damalige Direktor für die Kreuzfahrtdirektoren stand neben mir und wir kennen uns, erkannt das schon seit 2009 und plauderten und plauderten und dann sag ich, wie geht es dir, was machst du so? Und er sagt, ja, ich suche so viele Kreuzfahrtdirektoren gerade und dann habe ich gesagt, naja, wenn du mal eine brauchst, sag doch einfach gerne Bescheid. So, und das war der Anfang meines Bewerbungsgesprächs. Okay, cool. Und sag mal, wie ist das Leben so auf dem Schiff? Wie kann man sich das vorstellen? Wie groß ist so eine Kabine? Hast du da Fenster oder hast du eine Einzelkabine oder musst du dich da auch, fängst du ja nicht mit einer Einzelkabine an, oder? Als Nummerngörl hast du bestimmt keine, oder? Wie ist das? Doch, ich hatte immer eine Einzelkabine. Einzelkabine, ja, aber ich bin ja als Nummerngörl sozusagen auf dem kleineren Schiff angefangen, da hatte jeder eine Einzelkabine. Da war es dann ein bisschen anders, also du hast auch eine Einzelkabine, du teilst dir aber das Badezimmer mit deiner Nachbarin sozusagen. Das sind jetzt so die Gegebenheiten, aber ich hatte immer eine Einzelkabine und ich hatte auch ein Fenster. Und hat man denn da auch einen Tag frei oder gar nicht? Nein. Da machst du sieben Tage, vier Monate, sieben Tage, Woche? Ja, du hast natürlich zwischen deinen Spots Freizeit, denn du kannst ja nicht 24 oder 12 oder 16 Stunden am Tag arbeiten, das darf man auch gar nicht. Und ja, aber du arbeitest jeden Tag in der Woche, also es ist jeder Tag Montag und wenn du dann nach Hause kommst, war jeder Tag Sonntag. Okay, das ist echt Wahnsinn, ne? Ja, das ist was Außergewöhnliches. Was macht man dann, wenn man in seiner Freizeit, macht man auch Ausflüge oder spaziert man dann auf dem Schiff rum und da? Nein, wenn du freie Zeit hast, dann... Wo schläfst du dann? Wenn du freie Zeit hast, gehst du viel raus. Die letzte Runde, die ich jetzt gefahren bin, da war ich vier Monate in der Karibik und wenn du da freie Zeit hast, dann gehst du raus an den Strand oder wir waren auch auf Dominika, dann gehst du in den Urwald, machst Ausflüge mit. Also es gibt ja auch für die Besatzung einzelne Ausflüge und ja, oder das andere Mal, wenn du sagst, du jetzt mal einen Mittagsschlaf, dann machst du auch einen Mittagsschlaf. Also es ist eine kleine Stadt für die Besatzung dort unten. Und wie viel, wenn so ein Schiff 2000 Passagiere hat, wie groß ist denn die ganze Crew? Das ist ja auch viel, ne? Tausend Mann. Echt? Ja. Also die Hälfte fast? Ja. Wahnsinn. Ja. Ich hatte mal irgendwann so einen Bericht auch gesehen über die AIDA, auch was die da an Essen, an Kran. Diese Logistik alleine, ne? Unglaublich. Diese Logistik ist einzigartig. Und es ist ja immer so, dass man das ja nicht eine Woche vorher plant, das wird ja Monate, wenn ich, auch die Fahrtgebiete werden ja Jahre vorher geplant und ausgewählt, wo fährt man hin? Und gerade so in der Karibik war es dann so, dass alle zwei Wochen die Gäste dann wieder, also ein Passagierwechsel war und dann wurden alle zwei bis drei Wochen 240 Tonnen an Lebensmittel geliefert. Das ist der Wahnsinn. Ja. Und das ist nicht nur so, dass sie da sind, die müssen auch verräumt werden, ne? Ja, ja. Ja, das ist was ganz, ganz Besonderes, dort zu arbeiten. Ich finde das echt faszinierend, überhaupt so. Das ist ja ein richtiger Hotelbetrieb, da brauchst du ja eine Wäscherei, muss da ja drinnen sein und alles. Alles. Alles da. Wahnsinn. Also faszinierend. Aber ich könnte es nicht, weil ich bin siegkrank. Du natürlich nicht, oder? Hast du das auch mal? Ich bin nie siegkrank geworden. Merkt man das überhaupt auf so großen? Auf so großen Schiffen merkst du das nicht mehr. Bei dem Kleideren hat man das auch gemerkt. Da ist es dann, wann wir dann so Richtung an der Arktis gefahren sind, da wurde es auch mal ein bisschen rauer und schaukelte. Ich finde das immer sehr schön. Ich konnte da wahnsinnig gut einschlafen und ich hatte immer Hunger. Mehr Hunger als sonst. Immer Appetit. Ich habe immer gegessen. Von der Seeluft, oder was? Nee, von dem Schaukeln. Von dem Schaukeln? Ja. Echt? Ich weiß nicht, dass ich gedacht habe, oh Gott, ich kann gar nichts essen. Und ich war diejenige, gibt es noch etwas zu essen? Aber ich glaube, deswegen fühlst du dich auch im Tuch so wohl, weil das auch so schön schaukelt. Weil es gibt Leute, die kommen nur einmal, weil die sind wirklich sehkrank und das ist nichts für die. Nee. Also das Tuch, das Tuch ist so unglaublich. Ich freue mich auch so, weil wir uns kennengelernt haben oder jetzt kennenlernen dürfen natürlich auch. Und als ihr das erste Mal in diesem Tuch gelegen habt, natürlich nachher bei der Entspannung, da war es auch, ne? Da war es auch um mich geschehen. Also das macht ihr aber auch ganz, ganz toll. Man fühlt sich sehr, sehr wohl bei euch. Sehr sicher. Weil es sind ja schon Dinge, die man da macht, die man, das heißt, du als Kind hast du das tausendmal gemacht. Mach mal jetzt noch rückwärts. Oder zweimal, einmal vorwärts, einmal, haben wir gesehen beim letzten Mal. Das ist einfach so wunderschön. Ja. Ja, das ist, ja, das innere Kind. Aber jetzt bist du ja runter vom Schiff, ne? Ja. Jetzt beginnt so ein neuer Lebensabschnitt, ne? Ja, ja. Fällt dir das schwer? Nein. War aber schon eine schwere Entscheidung, oder? Es gibt ja Dinge manchmal im Leben, wo du dir das schon mal gewünscht hast oder gedacht hast, ach komm. Es reicht, ne? Es reicht, ich höre auf. Aber wenn es dann soweit ist, ist es doch schon. Ja, aber das ist so, wenn du das machst und wenn du das mit so viel Herzblut machst, dann denkst du nicht ans Aufhören. Aber es gibt, wie zum Beispiel, wir ja eine Zeit hatten, wo die Welt stehen blieb und auch, wir waren die einzige Kreuzfahrtgesellschaft der Welt, die weitergefahren ist. Ist, ja. Ach, wie habt ihr das denn gemacht? Mit einem fantastischen Konzept, was dort entwickelt worden ist. Aber dieses, ich bin ein sehr, sehr freiheitsliebender Mensch und für mich war Schiff immer Freiheit. Immer. Du gehst raus, du siehst das Meer, die Wellen und diese Freiheit war da nicht mehr gegeben. Und das war so ein Punkt. Der weitere Punkt war, dass... Hast du da schon ans Aufhören gedacht? Ich habe ans Aufhören gedacht, als mein Mann aufgehört hat, auf dem Schiff zu arbeiten. Wir haben ja elf Jahre lang zusammengearbeitet. Und da gab es eine Situation, da hat man gesagt, okay, ich höre jetzt auf damit. Und dann ist es mir natürlich schwerer gefallen, wegzufahren. Weil vier Monate getrennt zu sein... Er ist dann hier geblieben. Ja, der ist hier geblieben. Und das ist ein absoluter Familienmensch. Und wenn du weggehst, ist es immer noch was anderes als einer, der zu Hause bleibt. Und ich weiß, wie sehr der seine Familie braucht. Und dann war da die Überlegung schon. Und da habe ich damals schon immer gedacht, Nee, also ich glaube, nee. Aber das ist so, das ist schon wie eine Sucht auch dort zu arbeiten. Kann man ganz ehrlich sagen. Ja, das glaube ich. Alles drumherum, das ist ja auch eine Leichtigkeit. Du beschäftigst dich jetzt nicht mit der Weltpolitik, sondern du siehst und tust alles dafür, dass der Gast, der seine Zeit, das Wichtigste, was er im Jahr hat, da einfach schön hat. Und dann kam aber so langsam, jetzt sind wir ja nicht mehr hier zusammen, also wir fahren nicht mehr zusammen. Das war ein bisschen schwierig. Und manchmal ist es im Leben so, dann hast du das schon mal ins Universum geschickt. Und manchmal geht es schnell. Und manchmal sagt das Universum, du hattest da einen Wunsch, der ist dir jetzt erfüllt. Und dann gibt es Situationen im Leben, wo du sagst, okay, das mache ich. Oder du sagst einfach, dass meine Werte sind woanders. Und dann entscheidet man sich, was anderes zu machen. Ja, aber die Entscheidung zu fällen und das dann zu leben, das ist ja noch sehr frisch bei dir. Ja. Ganz frisch. Ganz frisch. Seit Januar. Genau. Und das sind ja gerade mal zwei Monate oder so. Stimmt. Das heißt, normalerweise merkst du es ja erst nach vier, nee, nach zwei, du bist zwei Monate zu Hause, ne? Ja. Vier Monate weg, zwei Monate zu Hause. Das heißt, du merkst ja jetzt erst bald, dass es gar nicht mehr aufs Wasser geht. Ja, und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Echt? Ja. Denn so schön, wie das alles ist und auch, dass du, dass du so viel geben kannst und so ein Beitrag oder ein Mehrwert für ganz, ganz viele Menschen sein kannst, die dich nie vergessen werden, weil die so schöne Momente erlebt haben. Wir haben, ich habe Momente erlebt und Momente auch kreiert, wo Menschen vor mir standen, die so geweint haben, haben gesagt, danke, danke für diese wunderschöne Reise. Und das ist ja natürlich auch was Energetisches und du kennst mich ja ein bisschen schon, dass ich ja auch ein energetischer Mensch bin und viele Menschen geben dir Energie, aber das sind 2800, die können dir viel oder die können dir etwas geben, aber viele können auch an dieser Energie ziehen und das war für mich der ausschlaggebende Punkt. Ich war einfach, du stehst in einem Theater, machst eine Show, moderierst, machst eine Fernsehsendung und da sitzen tausend Menschen und das ist natürlich, du musst nachher auch wieder auftanken und dieses Auftanken dauert immer so drei Wochen. Und du bist dann nach Hause gekommen und hast gedacht, wow. Und ich freue mich jeden Morgen, dass ich das gehabt habe. Ich freue mich jeden Morgen, dass ich im Schmetterlingskostüm, wenn ich wollte, auf unserer Finca stehe und sage, danke für mein wunderschönes Leben. Ja, das sage ich auch. Ja. Habe ich heute Morgen auch wieder gesagt, als ich an der Kalagoya stand. Ja. Oh mein Gott. Und dann denke ich auch, ich bin in der Karibik, wenn ich so dieses Wasser sehe. Und es wäre jetzt fast der Zeitpunkt gewesen, jetzt wieder loszufahren und da habe ich letztens noch mit Freunden darüber gesprochen, da habe ich so, in zehn Tagen wäre ich wieder losgegangen und ich sage so, danke, dass ich das hatte und ja, jetzt einfach wunderschöne neue Wege kommen. Ja, und was kommt, weißt du schon was? Ich kann mich schon so ein bisschen sehen, aber noch nicht so ganz klar und freue mich einfach hier, jetzt mein Zuhause mit wunderbaren Menschen, die ich hier kennenlernen darf, das jetzt zu erleben. Das hatte ich ja sonst nie. Wenn du allein zwei oder drei Wochen brauchst, um dich wieder aufzutanken, dann konntest du ja auch keine Freundschaften so sehr pflegen. Oder ich wäre niemals, Samstag komme ich zum Aerial Yoga, da hätte ich gesagt, nee, ich haue mich an den Strand. Ruhe, ne? Ruhe, einfach Ruhe, die ich hier aber auch finde, auch mit solchen Dingen und was ich ganz toll finde, auch in dem Women's Network, was für tolle Menschen, für tolle Frauen es da gibt und was du hier alles machen kannst. Ich war aber letztens, als ich wieder nach Hause kam, ich sage, ich bin ja wieder weg und alle so, was machst du denn immer die ganze Zeit? Ich sage, ich möchte da hin und da hin und da hin und das finde ich so wunderschön, dass ich mich da so setten kann. Das hast du vorher wahrscheinlich nicht gemacht, weil du gar keine Energie hast. Ich hatte nicht immer. Du brauchst ja auch Energie, neue Menschen kennenzulernen, sich darauf einzulassen, Sachen auszuprobieren. Deswegen mache ich im Moment so wenig, weil ich die Energie gar nicht habe. Das wird sich jetzt aber auch ändern. Ich will mehr machen als geben. Weil ich da auch echt zu kurz komme und da bist du halt jetzt komplett drin. Ich bin da komplett drin. Also ich kann mich nur um mich selber gerade kümmern. Das ist ganz, ganz toll. Und ja, was mache ich sonst noch? Ich habe noch 2018, bin ich ins Network Marketing mit eingestiegen mit einer Firma aus Österreich. Da geht es um wunderbare Produkte, die deiner Haut gut tun. Und ich hatte einfach die Nase voll, mir Plastik ins Gesicht zu schmieren und habe die kennengelernt. Das mache ich noch. Ich kenne die Kosmetik. Die hatte ich früher in meinem Kosmetikstudio. Ich liebe sie auch. Sie ist einzigartig. Kosmetik, die man auch essen könnte. Ja, ich mache das mit dem Scrub immer. Das kommt immer ins ganze Gesicht. Und leckst du dir die Lippen ab. Das Peeling, echt? Ja, du kannst es essen. Ihr müsst wissen, Happy ist gerade läufig. Und deswegen quietscht ihr so ein bisschen rum. Nicht, dass ihr euch wundert. Ja, ist gut, Schöp. Nee, und die haben ja auch aber was für Nahrungsergänzungen. Genau, Supplements haben die auch. Genau, Superfood. Ja. Ja, schön. Und da machst du dir jetzt noch ein zweites Standbein. Ja, das habe ich schon seit 2018. Aber das ist natürlich, wenn man jetzt auch ein, du kannst es ja von überall auf der Welt machen, aber dennoch brauche, finde ich auch immer das, du brauchst natürlich dein Netzwerk und deine Kontakte. Und ich war ja immer so, ich kam ja rein und kam auch wieder raus. Und das ist einfach eine tolle Art und Weise, auch in diesem Netzwerk zu arbeiten. Denn ich habe noch nie so viele Frauen kennenlernen dürfen, die sich so sehr freuen, wenn man etwas weiter empfiehlt, wenn man etwas Gutes tut. Wenn man ein Mehrwert ist und auch, wenn man erfolgreich ist, dass sich andere freuen. Das ist schon toll. Hast du denn schon ein Team aufgebaut? Mhm. Okay, also du bist ja schon im Business dran. Okay. Ja, wir planen ja auch noch ein Event hier bei uns auf der Wellnessfinka, wo wir mal so ein... Fresh Day machen. Fresh Day machen, genau. Fresh Day heißt das, genau. Und das mal vorstellen, weil wie gesagt, es gibt da echt ganz tolle Sachen. Da freue ich mich drauf. Also wird dir nicht langweilig. Du bist jetzt noch nicht in Rente. Ja, es gibt noch die Sache mit dem Olivenöl ja auch. Ja, stimmt. Das hast du mir unbedingt erzählt. Ja, da sehe ich mich einfach. Also ich freue mich... Also Wiebke hat mir gerade ein schönes Geschenk mitgebracht, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Eine ganze Flasche Olivenöl und das hat sie selber geerntet. Genau. Erzähl mal. Das heißt, ihr habt eine Plantage. Genau, da stehen ganz viele Oliven und die haben wir dann abgemacht und haben die zu einer Olivenmühle gebracht. Und das Schöne daran ist, dass die natürlich auch völlig natürlich sind. Also da ist nichts draufgekommen. Und ich finde, das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo wir uns einfach immer wieder mal kurz daran erinnern dürfen, was wir machen, wie wir mit uns umgehen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, mit Tieren umgehen. Und ja, ich bin so... Ich habe gerade so Lust, so ein bisschen in der Erde rumzubuddeln. Habt ihr denn... Wohnst du auch auf einer großen Finca, wo du viel Platz hast, auch zum Gärtnern und so? Ja, ja. Du musst dich mal besuchen. Ja, gerne. Und sag mal, wie viel Liter Olivenöl habt ihr jetzt? Also ist das wirklich ein Markt? Kannst du das verkaufen? Oder wie macht ihr das? Oder ist das jetzt nur für Eigenbedarf und mal eine Flasche verschenken? Also im Moment ist es so für Eigenbedarf, Flasche verschenken, aber wer weiß, was noch kommt. Also wir sind da für alle Dinge offen. Und wir schauen, was sonst noch alles möglich ist. Und dein Mann, der ist ja auch nicht mehr auf dem Schiff. Was macht der so? Der hat eine Baufirma. Hier auf der Erde? Ach so. Hatte der das schon immer oder jetzt? Der kommt aus dieser Branche. Das hat er gelernt, also als er noch in Österreich war. Und wir haben ein Haus gebaut. Und wir wussten, dass unser Haus von dem Bauunternehmer das letzte Haus sein wird. Dann geht er, also dann schließt er sein Geschäft. Hier auf den Rente? Ja, ja, in Ahrtag. Ah. In Ahrtag, genau. Und der sagte, das ist das Final de Casa von Simon und Wiebke. Okay, und dann hört er auf. Und er brauchte Nachfolger oder was? Ja, so in dieser Art und Weise nicht, sondern der hatte natürlich seine Mitarbeiter. Und als der den Laden zugemacht hat oder sein Baugeschäft, also als er in Rente gegangen ist, sagen wir mal so, oder als er in einen neuen Lebensabschnitt, ich finde Rente ist so ein schweres Wort, oder? Also als er in einen neuen Lebensabschnitt geflogen ist, dann hat Simon gesagt, ja, aber jetzt haben die Arbeiter ja gar keine, gar keine Arbeiten mehr. Ja, so. Und da er einen, Simon ist so ein Macher und hat gesagt, gut, dann mache ich eine Baufirma auf. Damit ihm nicht langweilig wird. Ja, und das macht er seit drei Jahren. Krass. Ja. Was hat er dann auf dem Schiff gemacht? Der war Activity Manager, das heißt die Aktivausflüge, da war er der Manager für. Okay, passt ja. Mhm. Ja. Okay, du brauchst also keinen Urlaub. Urlaub ist für dich hier die Insel, so wie bei mir auch. Und was würdest du denn Auswanderern empfehlen, die uns jetzt zuhören, wenn die auch auswandern möchten? Was sollten die machen, was sollten sie auf keinen Fall machen? Hast du da Tipps? Einfach machen und sich so einem wunderbaren Netzwerk, wie wir das hier haben, einfach anschließen. Ich glaube, man muss einfach mal den Kopf nicht ausstellen, aber viele sind einfach zu verkopft. Und was soll denn passieren? Also, ich finde es immer ganz, ganz wichtig, im Hier und Jetzt zu leben, weil Vergangenheit haben wir gehabt, brauchen wir nicht mehr. Zukunft können wir nicht reingucken. Aber das, was wir jetzt machen möchten, das können wir jeden Tag selber kreieren. Das stimmt. Fällt dir das leicht, im Jetzt zu leben? Ja. Ja? Ja. Schon immer oder nur jetzt gerade? Nee, das fiel mir schon immer leicht. Also, ich habe mir auch die Welt schon immer so gemacht, wie sie mir gefiel. Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf. War ich schon als Kind, war ich auch immer im Fasching oder Karneval. Das glaube ich dir sofort. Ich zeige dir mal ein Foto. Es gibt Fotos davon. Guck mal auf mein Mission Board. Wunderbar. Ja, dann wissen wir ja, warum das alles so ist. Da nämlich auf diesem wunderbaren Vision Board ganz oben ist Pippi Langstrumpf drauf. Und einfach machen. Aber was soll passieren? Also, was sagte Pippi Langstrumpf schon immer? Habe ich noch nie gemacht, wird bestimmt super. Könnte gut werden, ne? Könnte klappen. Ja. Ja. Und ja, was soll passieren? Oder vielleicht, um das Ganze auch nochmal ein bisschen mehr auf den Punkt zu bringen, vielleicht auch einfach mal erstmal herkommen oder sich die Insel anschauen? Was ist überhaupt mein Punkt? Also, für mich war es von Anfang an Ata und nur Ata und hier so drumherum. Also, für mich gibt es jetzt nicht den Süden, da fahre ich mal hin, aber ich fühle mich hier sowas von zu Hause. Du gehst hier durch dieses kleine, süße Dorf, morgens kommt die Omi vorbei, hola, getal, hältst ein kleines Pläuschchen, trinkst ein Cortado, fragt dich auch jeder, wie geht's? Und es ist einfach wunderschön. Ja. Finde deinen Platz auf dieser Insel, schau dir die Insel an und miete vielleicht erst einmal etwas. Auf jeden Fall, ja. Wenn du schon sagst, ich will ja ausgehen. Und was natürlich, glaube ich, auch schon ein Punkt ist, das ist wie überall, finde ich, wo man auswandert, also man muss jetzt nicht mit 1000 Euro auf dem Konto herkommen. Das muss man jetzt wirklich mal sagen, das machen ja wirklich die eine oder andere Geschichte, die man schon erlebt hat, also auch hier kostet das Leben. Und ich glaube, wenn man ein gutes Konzept hier hat, und wenn du selber dein gutes Konzept bist und fokussiert bist und auch arbeitest, weil es ist ja nicht so, also Erfolg ist ja nicht dadurch gegründet, dass man nicht arbeitet, sondern da muss man und darf man was für tun. Von nichts kommt nichts, ne? Auch hier nicht. Ja. Sei denn, man ist privat je, dann kann man auch. Dann ist das auch alles, ja. Dann hat man ja schon Erfolg. Ich glaube, Erfolg hat man auch schon, wenn man jeden Morgen aufsteht und mit einem Lächeln im Gesicht, dass man wirklich so ist, wie man ist, dass du alles, dass man gesund ist, dass man einfach aufs Meer morgens gucken kann. Du machst die Tür auf und das Licht ist ja auch an. Also, wenn man jetzt einmal in Deutschland ist, ich glaube, da ist seit Oktober ist es da grau. Vielleicht ein paar Tage mal. Ich war jetzt auch mal zwei Wochen da und bin als erstes aus dem Flieger raus und denke so, oh Gott, ich bin aber mit einem halben Kopf kleiner jetzt. Und einfach diese Dankbarkeit auch zu haben, das ist schon einzigartig hier. Ja. Und die haben wir jeden Tag wieder. Also, wie gesagt, ich finde auch, das darf man nie vergessen. Ich weiß auch, bin dankbar und sehe auch das Schöne jeden Tag wieder. Und es langweilt mich nicht. Jeden Tag die Kalagoya. Ich freue mich jeden Morgen wieder drauf. Weißt du, es ist für mich keine Selbstverständlichkeit und ich denke, wir haben da echt schon alles richtig gemacht. Haben wir. Haben wir. Gut, meine Liebe. Ich danke dir. Du hast das letzte Wort und ich freue mich so, dass du hier warst und ich hoffe, du schreibst mal ein Buch oder machst ein Hörbuch oder so. Ja, also wir können alles machen. Das ist gar kein Problem. Ich glaube, du hast so richtig oder du machst einen eigenen Podcast mit deinen Geschichten von deinem Business, von deinem Schiff. Also, ich glaube, da gibt es unzählige tolle Geschichten. Da gibt es sehr, sehr tolle Geschichten, ja. Lass uns was planen. Wir planen das. Wir machen das. Wir machen das einfach. Gut, meine Liebe, möchtest du noch was sagen? Ich sage vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Vielen Dank, dass mich so viele Menschen gerade zugehört haben. Vielen Dank, Happy, dass du auch da bist, du kleiner, süßer Hund. Und ja, tausend Dank von Herzen. Ich danke dir. Love and Lights. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. So, das war's schon. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns doch ein Like, lass einen netten Kommentar da, abonnier unseren Mallorca Lovers Podcast. Und wenn auch du Mallorca Lovers bist oder Auswanderer und deine spannende Geschichte mit mir und unseren Zuhörern teilen möchtest, dann nimm doch Kontakt mit mir auf. Ich freue mich auf dich. Bis bald und adios. Bis bald.